Hallo und herzlich willkommen zum Lernvideo, in dem ich dir erklären möchte, wie du das Present Progressive bildest. Und zwar möchte ich dir erklären, wie du Aussagen bildest, wie du diese verneinst und wie du Fragen stellen kannst in dieser Zeitform. Fangen wir mit den Aussagen an. Du brauchst dafür die entsprechende Form von to be, je nach Person, plus Verb. Und an dieses Verb hängst du dann auch die Endung ing an. Bei vielen Verben musst du wirklich nur ing anhängen, aber wenn das Verb beispielsweise wie have auf e endet oder love, das endet auch auf e, dann fällt das e weg. So wird also aus have having ohne e. Und dann gibt es noch Verben, die auf einen Konsonanten enden und wo der Vokal davor kurz ist, wie zum Beispiel stop. Aus stop wird stopping. Das musst du dann beim Anhängen von ing auf jeden Fall beachten. Ja, schauen wir uns Beispiele dazu an. I am sleeping, you are eating, he is playing the guitar. Das sind alles Aussagesätze im Present Progressive. Und hier bei sleeping, sleep endet auf einem Konsonanten, aber das i hier ist langgezogen, deswegen wird das p nicht verdoppelt. Aber hier bei stop, da ist es kurz, da musst du es also verdoppeln. Ja, die Verneinung ist denkbar einfach, denn du musst nur not nach am einfügen. I am not sleeping, you are not eating. Und schon hast du die Aussage verneint. Die Bildung von Fragen ist auch nicht weiter schwierig, denn du musst die Form von to be einfach an den Anfang stellen. Also wird aus you are not eating, hier haben wir es, you are eating, daraus wird are you eating, also das are wird einfach an die erste Stelle gezogen. Oder is he playing the guitar, auch hier wieder, das is, also die Form von to be, einfach an die erste Stelle gezogen. Naja, und solche Fragen kannst du dann ausführlich beantworten. Du kannst also auf die Frage are you eating sagen, yes I am eating. Oder auf die Frage is he playing the guitar kannst du antworten, yes he is playing the guitar. Du kannst aber auch einfach die Kurzantwort geben mit beispielsweise auf die Frage are you eating, yes I am. Oder is he playing the guitar, yes he is. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was du zur Bildung des Present Progressive wissen musst. Ob du alles verstanden hast, kannst du jetzt mit unseren Übungen überprüfen. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg und sage bis bald.